Babs und Patrick, das ist was für die Ewigkeit. Haben alle gedacht. Bis auf die Babs. Happi-Bappi! Aber so schnell. Was? Was heißt denn, ob es heiß ist? Aber nicht, aber er passt, du schluss. Was? Gibt ein echter Kerl nicht auf. Ich mein, wir sind ja alle erwachsen. Da trifft man heute mal immerhin mit seinen Ex. Egal, was kommt. Ich bin von der Gewerkschaft und ich führe bei euch da die Lohnverhandlungen. Die laufen ja nicht so besonders, was man so hört. Und wenn er schon mal in Fahrt ist. Na super. Jetzt haben wir den Schirm auf. Wir sind ausgesperrt. Ist ja nicht mehr zu stoppen. Wir lassen uns das nicht fallen. Hast du es, die Gewerkschaft schleicht sich? Wir sind so bitter. Wir haben Arbeitsverträge. Super, wir auch. Sind wir vielleicht ein bisschen nervös? Das einzige, was mich nervös macht, bist du. Ja, du bist bepernd. Weißt du, wie lange wir den Ziehnschlüssel gesucht haben? Sicher nicht so lange, als du deine Zehn suchst, dass du einen Schritt weiter gehst. Alphabet der Sommer. Angesöffne Sommer. Ich muss der Papst sagen, dass ich nicht der bin, für den sie mich holt. Du bist genau der, für den sie dich holt. Hey, nehmt ihr Zimmer. Was ist denn da wieder los? Wir werden ja einfach da gelassen, das siehst du nicht. Und bei dir, wie Lafzen? Wir bleiben da. Das ist unser Wert. Michael Ostrowski. Hilde Dahlik. Hier auch noch ein Sprecherspiel. Ist das mit Rastfeuer? Na, das wäre ja total peinlich, falls du verlierst. Die Werkstimme. Und die Lafzen drin. Mit Schmiedelbeck gewichsen ist lustiger. Ab 25. Juli im Kino.